Bonjour und herzlich willkommen in Minus Cochina. Wenn ihr sehen wollt, wie ich diese Pasta al Pomodoro hier gemacht habe, dann bleibt doch einfach dran. Moin, bonjour, da ist er wieder. Ja Leute, so schnell ist eine Woche rum. Es ist Sonntag, es ist Nudeltag, Freunde. Wir machen uns heute eine richtig schnelle Nummer. Und zwar habe ich vor, wir machen uns Linguini al Pomodoro. Dafür brauchen wir schöne Linguini, etwas Knoblauch, Petersilie, Tafelsalz, frisch gemahlenen bunten Pfeffer, Olivenöl, ein paar Dattelntomaten oder Cherrytomaten. Ich habe nicht mehr so viele gehabt, aber ich habe hier noch ein paar Tomaten im Kühlschrank gefunden, aufgeschnittene. Die nehmen wir einfach dazu. Und etwas Parmesan Käse. Da haben wir Wasser, das ist schon gesalzen, für die Nudeln gleich. Ich würde sagen, kommt dran, wir fangen an. Als erstes nehmen wir uns unsere Tomaten und schneiden die uns einmal so in der Mitte durch und geben die in eine extra Schale. Freunde, das ist ein wirklich schnelles Rezept. Rucki zucki und verdammt lecker. Die genauen Rezeptangaben schreibe ich euch wie immer unten bei mir in die Videobeschreibung rein. Einfach unten auf den Pfeil klicken und da habt ihr alles drin stehen. Dann nehmen wir uns hier die Tomaten, die vom Frühstück übergeblieben sind und vierteln die uns einmal und geben die auch hier mit zu unseren Tomaten einfach rein. So, das war es mit den Tomaten. Dann nehmen wir uns unsere Knoblauchzehe. Jetzt bleibt es wieder euch überlassen. Möchtet ihr sie in Stücke, möchtet, dass sie fein gehackt haben, das könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Ich habe sie, wie gesagt, immer lieber ein bisschen feiner. Deswegen schneide ich sie mir etwas runter und hacke sie mir schön fein runter. So, dann nehmen wir uns hier unsere Petersilie. Stängel behalten. Die Blätter, die können wir nachher nehmen, zum Garnieren später. Wir brauchen jetzt erstmal nur die Stängel. Das war es mit den Vorbereitungen. Da hinten könnt ihr mal rüber gucken. Es kocht. Das ist für die Nudeln. Das geht hier jetzt gekuck zucki. Nudeln rein, Soße machen, fertig. Kommt dran, wir fangen an. Ja, Freunde. Pfanne an. Etwas guten Olivenöl in die Pfanne. Und heiß werden lassen. In der Zeit, wie wir aufs Öl warten, hacken wir uns mal eben hier unsere Petersilie ein bisschen klein. Auch da wieder Nachgeschmack. Wer keine Petersilie mag, lässt sie weg. Ich koche heute nur für mich alleine. Deswegen kann ich Petersilie ruhig reinknallen. Knoblauch, alles kein Problem. Wie gesagt, ist immer eine Geschmackssache. So, ich komme wieder zu euch rüber. Dann gucken wir mal, was unser Öl macht. Ja, Freunde, hier passiert gerade was. Das Öl ist heiß. Wir nehmen unsere Petersilie in Stängel, geben die ins Öl und unser Knoblauch. Lassen das einmal schön gemeinsam anschwitzen. Wir müssen nur aufpassen, dass euch der Knoblauch nicht verbrennt. Dann kommen schon direkt unsere Tomaten ins Spiel. Rein damit. Und die lassen wir jetzt schön hier in unserem Knoblauchöl-Petersilien-Gemisch schön aus. Dann nehmen wir uns ein bisschen Pfeffer, geben was da drauf. Etwas Salz. Ihr seht, das ist ziemlich schön reduziert. Wir nehmen uns jetzt einfach eine Kelle Nudelwasser und geben die da drauf und geben dann unsere Nudeln ins Wasser. So, einfach hier einen Schluck das lassen wir jetzt vor sich hin köcheln. Jetzt wird es Zeit, unsere Nudeln ins Wasser zu geben. Die brauchen nicht lange. Das wird ein Fest hier, Leute. Das hier sieht gut aus. Lassen wir es schön reduzieren wieder. Und dann machen wir gleich weiter. So, Freunde, jetzt wird es an der Zeit die Petersilien-Stängel rauszutun. Die haben ausgedient. Die haben ihr Geschmack gegeben. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Ihr seht hier, das ist richtig schön wieder reduziert in sich rein. Richtig geil. Die Nudel, die brauchen wir hier nicht mehr lange. Die geben wir wirklich kurz vor Ende hier rein. Dann haben wir wieder ein bisschen Nudelwasser dabei. Und dann können wir schon fast servieren. So, Freunde. Wir können denn unsere Nudeln hier rausnehmen. Die sind fast al dente. Geben die hier in unsere Soße. Geben jetzt unsere Petersilie drauf. Jetzt machen wir es cremig, Freunde. Jetzt machen wir es uns richtig schön cremig, Freunde. Mir ist gerade das Mikro abgefallen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Wie gesagt, die Pfanne nach vorne. Die Nudeln dabei drehen. Schaut euch das mal an. Sieht das geil aus, Freunde. Das Sound auf Minus Kutschina. Und dann können wir gleich servieren. Wow. Schaut mal hier. Wir haben nichts gemacht, ne? Wasser. Bisschen Tomaten. Sieht das geil aus. Freunde, wir machen uns jetzt einen Teller fertig. Und sehen uns vorne zum Probieren wieder. Bis gleich. So, Freunde. Schaut es euch an. Da kommt jetzt gleich noch Parmesan-Käse drüber. Und dann wird gegessen. Lot of Cheese fehlt noch. Ja. Mach mal hier das Gedönse erstmal wieder runter. Wie Schnee. Schaut euch das an. So. Fertig ist unsere Pasta al Pomodoro. Schaut es euch an, Freunde. Ja. Schnelle, einfache, italienische Küche. Ich sag's immer wieder. Kommt her. Guckt euch das an. Probieren dann gesagt. Leute, ich hab so einen Bock da drauf, ne? Ich hab so einen Bock. Auf euch. Den Löffel brauche ich gar nicht. Bin ich da, Lena. Leute. Also nur noch mal hier, ne? Boah. Manchmal frage ich mich, warum wir uns angewöhnt haben, alles aus Tetra Pax zu kaufen. Ob's Soße ist, ob's, äh, Fertiggerichte sind, ne? Weil das hier ist mal richtig geil. Frisch, schnell und lecker, Freunde. Ich laber jetzt auch nicht mehr, sonst wird mir mein Essen kalt. Freunde, am Ende des Videos bleibt mir wie immer nur zu sagen, falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich mega darüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst, ja? Schreibt mal in die Kommentare, was haltet ihr von diesen schnellen italienischen Nudelgerichten, ja? Ja, ich liebe sie einfach. Ich liebe sie, weil sie so frisch sind, so schnell sind, so lecker sind, ja? Letzte Woche gab es kein Hashtag Pasta-Sonntag-Video von mir. Das hat einen ganz bestimmten Grund gehabt. Ich habe beim perfekten Dinner teilgenommen, die Fernsehsendung auf Vox, und deswegen habe ich es nicht geschafft, für euch ein Video zu drehen. Kommt irgendwann im Mai, ich werde euch darüber informieren, ja? Hier unten könnt ihr kostenlos meinen Kanal abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Hier oben lasse ich euch wie immer meine Pasta-Playlist rein. Das hier ziehe ich mir jetzt rein, hinter der Kamera und drin. Wartet keiner. Ich bin alleine. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao. Ciao.